Hallihallo und herzlich Willkommen zur 10. Episode von Let's Play Landwirtschaft Simulator Staffel 2. Ja, willkommen zurück. Ich bin immer noch hier beim Einfahren der Ernte sozusagen. Vor Ewigkeiten haben wir ja hier gemäht. Und das ist einfach so viel, dass wir damit jetzt bereits den zweiten Fahrsilo schon zur Hälfte fast voll haben. Gut, wie ihr seht selber, das ist ja immer rein das Ge-Cheater hier. Aber es läuft halt einfach so gut. Und das ist eben das Tolle daran. Ja, ihr seht auch an meinem Geld, es läuft von alleine. Ja, es läuft von alleine mittlerweile. Die Einnahmen durch die Kühe sind so hoch. Können wir hier bei der Balance schauen. 43.000, 42.000. Also immer so um die 40.000 an Einnahmen pro Tag. Und ihr seht meine Ausgaben bla bla bla. Gesamt macht ein Gewinn von 37.000 am Tag rein Gewinn. Ja, nur dadurch, dass ich die Kühe habe. Also jetzt läuft es quasi von alleine. Nebenbei produzieren wir aber noch. Ja, wir produzieren ständig. Große Nachhinein Reifersenbank für Raps. Nein, da haben wir kein Interesse. Wir produzieren ständig. Ja, jetzt auch schon wieder, wenn wir mal kurz schauen. Raps sind wir schon wieder bei 160.000 Litern. Ja, 160.000 Liter. Ähm, Gerste immer noch 180.000 Liter. Da werde ich demnächst auch wieder anfangen zum säen wahrscheinlich. Ähm, denn ich werde mir etwas kaufen. Das zeige ich euch dann gleich noch, um nochmal mehr Kohle zu machen. Ähm, auf jeden Fall bei der Gerste, die war vorher auch im Angebot. Bei irgendwo Reifersen glaube ich sogar auch. Aber da gab es nur 2.000 dafür oder so. Und ich möchte einfach... Also ich brauche das Geld jetzt in dem Sinn nicht mehr. Und von dem her möchte ich einfach immer warten, bis es beim Güterbahnhof im Angebot ist oder in großer Nachfrage. Dann lohnt es sich wirklich und dann verkaufe ich auch das Zeug erst. Und von dem her passt das Ganze ideal. Genau, ähm, ihr seht, ich bin fleißig immer noch am hin- und herfahren hier auch mit dem. Jetzt ist es aber mittlerweile schon so, die Kühe produzieren ja fleißig. Ähm, aktuell ist die Silage ist voll, ja. Also für 6 Tage reicht es aktuell aus, hat er mir vorangezeigt. Ich bin da locker 4-5 mal reingefahren. Ich glaube 70.000 Liter an Silo habe ich ihm dazu geführt in meinen Stall. Ähm, ihr seht, dass es trotzdem relativ schnell geht. Ja gut, sind wir bei 69.000. 80% Produktivität. Aber die Güllegrube ist jetzt auch schon bei über 105.000 Litern. Das ist relativ, relativ wenig, ja. Ja, also wenn ihr seht, 105.000 Liter, ähm, wenn man das alles in Raps oder so umrechnet, dann ist es einigermaßen schon viel, wenn du dafür dann 3.000, 5.000, ähm, bekommst. Aber für die Gülle an sich ist es nicht viel, ja, weil du in einen Güllefass 30.000, 40.000 reinbekommst und das relativ wenig oder kurze Zeit hält. Trotzdem möchte ich mir heute ein Güllefass kaufen. Ich probiere es gleich gar nicht. Vorher bin ich da Ewigkeiten verhockt mit der vorherigen Ladung. Ich bin nicht über den scheiß Berg gekommen. Keine Ahnung wieso. Dann musste ich Ewigkeiten hier rumrangieren, dass ich dann wieder rausgekommen bin. Und dann bin ich von der Seite hochgefahren. Schauen wir mal, ob es diesmal besser geht. Ja, in einem Zug oben. Ihr seht auch schon wieder bei 42%, also es läuft und läuft und läuft hier. Hashtag bei mir läuft's. Ähm, wieder so eine Zwischenetage. Wurscht. Einfach alles hin. Der steht hier und befüllt das Ganze immer recht schön. Das ist recht praktisch, der Kasten. Der steht schon wieder im Weg, so wie es ausschaut. Ne, gerade noch nicht. Da und da drüben fährt schon wieder. Ähm, hier wird schon wieder gesät, ja. Also ihr seht, das Ganze geht in einem Gang sozusagen. Hier ist zwar nichts, ähm, ihr seht, hier ist nichts gedüngt da. Hier hab ich das Düngen mal auslassen. Aber das macht auch nichts. Lass mal den gleich mal hier wieder abkippen. Schauen wir mal, fährt er weiter, oder? Ne, er bleibt sogar stehen. Okay, wundert mich. Gut. Ähm, der ist auch so gut wie durch. Ihr seht, hier passt gar nichts mehr rein. Der ist voll voll. Für sechs Tage reicht's aus. Also ideal. Ähm, dann würde ich sagen, das läuft noch. Der ist leer. Daher kaufen wir uns jetzt einen Güllefass. Und diesmal holen wir es ab. Ja, ich mag das diesmal richtig abholen. Ähm, den stellen wir jetzt dabei. Duhai, duhai. Einfach mal da rüber. So, einmal gleich einpacken. Ohne Steering. Steering braucht man nicht. So, den holen wir eh gleich wieder. Und gefahren sind wir zum Glück noch nicht. So. Okay, dann würde ich sagen, ab zum Händler. Bevor es zu spät wird, machen wir gleich mal die Uhrzeit ein bisschen langsamer. Nicht, dass wir dann da sind und dann macht er zu. Wäre nicht so gut. So. Auf geht's. Und ja, es... Ich werde wahrscheinlich erstmal speichern müssen. Ja, weil ich nicht weiß, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Ganze ist nämlich ein gemoddetes Güllefass. Sozusagen. Und, ähm... Aber eines... Zumindest vom Aussehen her gefällt es mir eigentlich am besten, was es so... Was ich sonst so habe. Ich glaube, ich habe eben das eingemoddetes. Aber die anderen, die finde ich einfach nicht so... So der Wörner. Achja, hier steht dann noch mein Kipper. Mein eigener. Mein alter. So. Wunderbar. Dann speichern wir mal kurz. Spiel speichern. Ja. Und dann geht's ab zu P. Ähm... Ihr seht ja die Güllefässer, die es hier... Was? Ne, das ist kein Güllefass. Das ist Güllefass. Die Güllefässer, die es hier gibt, das wäre dann eigentlich... Die da, die sind alle mit so... Also vier Auflieger wiederum. Also eigentlich nicht so, wie ich es eigentlich auf der Welt spielen will. Das da hat bloß 18.500 Liter und Arbeitsbreite 15 Meter. Ist mir ein bisschen zu klein. Deswegen habe ich dieses Teil hier. Ähm... benötigt die Leistung 40 PS. Das ist ein bisschen falsch hier. Aber Kapazität 25.000 Liter und Arbeitsbreite 21 Meter. 120.000 gekauft. Perfekt. Wow. Okay. Steht dann sogar schon ausgekloppt da. Und ragt bis rüber ins andere Haus. Ich kann mir vorstellen, dass es uns jetzt gleich in die Luft schleudert. Wenn die Schläuche an der Seite an... äh... Festbestand sind. Ne, anscheinend nicht. Okay. X Güllefass zuklappen. Drücken wir gleich mal. Güllefass anschalten. Bringt uns nichts. Disable Steering. Geräteauswahl. Wunderbar. Also das Ding ist ein bisschen fetter. Aber das gefällt mir schon eher. Mal Warmblinker rein. Oh. Hinten hat er auch eins. Okay. Wieder raus. Denn da hat es jetzt irgendwie grad ein bisschen geleckt. Also ihr seht das ganze Ding ist ein bisschen fetter. Ein bisschen. Wenn ich da so vorbeifahre im Auto. Selbst hinten die Reifen sind breiter. Also das ist ein richtig richtig massives Teil. Und da wollen wir jetzt gleich mal schauen. Wir kürzen ja einfach mal ein bisschen ab. Merkt da eh keiner sozusagen. Und ich muss meine Helferchen ausstellen. Die sind beide gegen den Baum gefahren. Ne. Der fährt noch. Aber den braucht man auch nicht mehr. Helfer ausstellen. Und du darfst auch aufhören. Helfer ausstellen. Du darfst. Ja. Das ist jedes Mal. Ich muss jetzt unbedingt dann mal auch in die Forstwirtschaft einsteigen. wenigstens eine Motorsäge kaufen. Damit ich die Bäume hier in der Mitte wegschneiden kann. Die sind so lästig. So lästig. Ich sag's euch. Gibt nichts schlimmeres als diese blöden Kackbäume hier. So. Und wie immer habe ich keinen Tank mehr drin. Deswegen ist der Anfang immer eher bescheiden. So. Läuft schon. Hashtag. Bei mir läuft's immer. Der muss auf die Seite. Was fährt denn der da zusammen? Ah. Okay. Jetzt fährt er mit C auf die andere Seite. Ja. War ja klar. Na gut. Dann hört er wenigstens auf dabei. So. Jetzt wollen wir natürlich schauen. Bevor der da kommt. Gerade noch so. Ähm. Wie es ausschaut. Mit dem Vollmachen. Oh. Nicht schon wieder so ein Kackwurzel-Dingsens-Bumsens. So. Ähm. Als erstes müssen wir mal hier die Güllegrube sozusagen aufmachen. Scheißeloch. Genau. Und dann fahren wir einfach mal da so her. L-Steering aus. Wollen wir nicht. Und ja. Es wird schon zum Beladen gehen. Okay. Füllt auf. Machen wir gleich noch einen Screenshot. Drucken. Oder einfügen. Nein. Drucken war's. Wir können auch die Zeit wieder nach oben stellen. Merke ich gerade. Und es läuft. Und läuft. Und läuft. Ich frage mich gerade. Haben wir dabei Sounds? Lautstärke. Ne. Haben keine Sounds. Keine speziellen Sounds dabei. Ähm. Ich mach den. Hier immer aus. Weil der unglaublich laut ist. Ja. Also. Da hört man mich wirklich selbst kaum. Aber irgendwie geht der total langsam. Zum Füllen. Achso. Ne. Links oben. Und das ist der Füllstand von. Von der Gülle. Grube. Jetzt dachte ich mir. Hä. 7% erst. Ne. Also. Das passt dann schon. So. 93%. 97. 98. 99. 100. Wunderbar. Wir fahren da gleich mal auf dieses Feld hier. Und testen das Ganze erst mal. Ich kann mir vorstellen. Dass er relativ schnell leer ist. Ist eigentlich immer so bei diesen Ohlwonzen. Bei den Güllefässern. So. Bei der Nacht und Nebelaktion verpesten wir hier die ganze Umwelt. So. Und los geht's. Und. Ja. Relativ. Relativ schnell. Aber man kommt doch relativ weit glaube ich. Ja. Ne. Das ist glaube ich ganz gut so. Hat eine schöne Breite. Schaut gut aus. Ich glaube den nehmen wir. Den will ich behalten. Ja. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Als nächstes werden wir uns dann noch einen Mistbrot dazu legen müssen. Einen. Ein Gerät. Wie nennt sich das dann auf Hochdeutsch? Miststreuer. Okay. Nicht Mist. Also wir sagen Mistbrotter. Der breitet oder verbreitet quasi den Mist sozusagen. Deswegen Mistbreiter. Oder Mistbrotter. So. Hier ausschalten. Einmal umdrehen. Und wieder anmachen. Genau. Dann mach ich das hier gleich mal fertig. Und hau alles raus was wir haben. Vielleicht können wir da drüben auch gleich noch was düngen. Und dann sehen wir uns wieder. Tschau. das. Versuch pareil Wir бесп disappearing. Tschau. Genau. � So, wir sind durch. Alles ist soweit gedüngt. Ich habe ihn jetzt nochmal vorgemacht. Jetzt ist 2% Füllstand. Das passt. Das war eigentlich gerade. Bekommen wir den da irgendwie da rein? Ich bezweifle es ja ehrlich gesagt. Steering nochmal ausmachen. Ich würde sagen wir fahren da einfach noch einmal rundherum. Hier um den Baum. Aber von der Seite. Und dann probieren wir. Ich glaube dass er von der Länge her schon gar nicht reingeht. Das Ding ist riesigst. Spielen wir jetzt da so daneben hinfahren. Ne, keine Chance. Das bekommst du da nicht rein. Den müssen wir hinter stellen wo auch das andere Zeug ist. Sprich beim Ladewagen und so weiter. Wenn wir da jetzt ehrlich gesagt überhaupt der Strom kommen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht doch Steering einschalten. Und wir hängen irgendwo. Da müssen wir doch geradeaus fahren. Junge, Junge ist das Ding fett. Sowas gibt es halt eigentlich nur im Norden. Bei uns hier. Kannst du sowas gar nicht einsetzen. Weil erstens sind die Felder dafür zu klein. Verdammt. Ja, das zählt schon. Und ja, eigentlich nichts mehr. Aber es ist halt einfach auch zu, genau. Ne, es ist halt zu uneben für sowas. Für uns hier. Ist einfach zu bergig. So, und jetzt bin ich genau falsch reingefahren. Weil eigentlich muss man das mehr oder weniger rückwärts reinfahren. Dazu müssen wir den Steering scheiße wieder ausschalten. Ach, meine Güte. Ich glaube es ist besser, wenn ihr nicht zuschaut. Also ich packe den hier mal kurz ein irgendwie. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. So. Fangen wir hier kurz raus. Schauen wir mal, ob es jetzt besser geht. Sollte oder muss, sagen wir mal so. Gut, da sind wir jetzt besser rumgekommen. Dann stellen wir den mal wieder ganz hinten rein. Ja, irgendwie so, oder? Am besten so, dass man noch daneben den Mistbreiter dazu reinbekommen würde. Ja, irgendwie so. Denke ich dürfte das schon passen, oder? Haben wir daneben noch Platz? Ja, ja. Hat schon noch Platz. Wunderbar. Cases am Angebot. Ähm, wahrscheinlich... Oh, okay. Mhm, 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 mhm. Allerdings bloß 5%. Aber 5% sind auch 5%. Der hier wäre halt interessant, gell. 360.000. Der wäre interessant. Wie schaut's denn aus mit Sonderangebot da? Okay, da haben wir die ganzen anderen. Aber der wäre vielleicht in der Tat interessant für den Fall, dass wir uns... Im Stoffnisfall sehe ich gerade. Dass wir uns tatsächlich dieses Feld hier kaufen sollten. Wo war das? Da. Feld 30. Ähm. Da wäre der natürlich schon genial, ja. Generell brauchen wir jetzt dann eh irgendwann mal einen größeren Grupper dann noch, oder? Sollen wir uns den wirklich kaufen? Ich weiß halt auch nicht. Ist halt so ein übelstes Monstrum. Ähm, und die Frage ist halt immer, brauchst du das wirklich, ja? Brauchst du das? Ne, brauchen nicht. Aber ist nicht schlecht, wenn man es hat, oder? Der hat halt 600, äh, Euro am Unterhaltenskosten. Aber hat halt 692 PS, ja? Ja, also es ist irre, das Teil. Ähm, schauen wir mal kurz, was wir denn bräuchten, Grupper, um den stärksten zu fahren. 300 PS. Bekommen wir das mit irgendeinem Traktor noch zusammen? Mit einem normalen? 450 PS, okay, aber der schaut scheiße aus. 320 PS, okay, mit dem könnten wir es auch fahren. Den größten. Wie schaut's denn hier aus? Traktoren. Mit irgendeinem nochmal. Also lieber würde ich mir dann noch den Class Xerian holen. 330 PS, okay, also laut dieser Information wird's gehen. Wir könnten uns auch den Fendt holen. Den Fendt war über 1000. Kostet auch nur 600, oder? Was haben wir uns jetzt gerade angezeigt? 600.000. Das ist ein bisschen teurer. Aber dafür hätten wir einen Fendt 1050. Mario, wobei ich mir wahrscheinlich nicht den kaufen würde. Ich glaube, ich würde erst nochmal schauen, ob es nicht noch eine neuere Version von dem Mod gibt, weil ich glaube, die sind schon wieder veraltet. Ansonsten, der hätte auch 600 PS. Ja, ne, also ich glaube nicht, dass wir uns den kaufen. Da schauen wir eher wann anders mal. Genau. Das ist voll. Jetzt haben wir auch noch gesehen, dass, wie gesagt, Misthaufen voll ist. Was gibt's denn da? Gibt's entweder den. Habe ich da modsmäßig auch was? Modsmäßig? Ne, da habe ich nichts. Da muss ich erst nochmal schauen, Leute. Da will ich erst schauen, ob es da noch was gibt. Und dann sehen wir uns wieder.